Mit der Küchenperle erhalten Kunden ein perfektes Zusammenspiel von kreativer Kochkunst und reibungslosem, freundlichen Catering-Service. Britta Müller und ihr Team übernehmen nicht nur die Zusammenstellung der Food-Konzepte, sondern auch die eine Motto angepasste Dekoration. Catering haben wir mal angefangen, um dem Gastgeber viel Arbeit abzunehmen. Einfach den Gastgeber, er soll Gastgeber sein und wir bauen alles rundherum, so wie der Gastgeber es möchte. Anfragen sich, sind wir da, nehmen ihn alles ab, aber er merkt es gar nicht. Und das ist im Prinzip das, der Gastgeber kann sich voll auf seine Feier konzentrieren. Und das ist an und für sich das, was wir mit unserem Team verkörpern möchten. Neu im Angebot ist die Q-Lounge, eine einmalige Event-Location, in der die Gäste ihre Veranstaltung in einem tollen Ambiente rundum genießen können. Wir haben die Q-Lounge so gebaut, dass wir sie von 30 bis 150 Personen gut auslasten können. Dementsprechend, wie groß die Gesellschaft ist, können wir Stellwände stellen, dass das ein bisschen gemütlicher wird. Da kann man ganz viel machen. Wir können sie auch so bauen, dass man vielleicht zwei getrennte Gesellschaften drin hat. Also das ist alles möglich, alles wie man es bestellt und wie man es haben möchte, ganz individuell.